Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und schuld bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video vom PTR präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute mal die verschiedenen Berufe angucken und schauen, was es da so ein bisschen Neues gibt. In Patch 8.3 gibt es leider nicht sonderlich viele Berufsitems, die neu sind. Liegt einfach so ein bisschen daran, dass wir ja an sich kein neues Gebiet haben, wo wir dann neue Materialien bekommen können, sondern wir haben einfach zwei alte Gebiete, die wir quasi über so Angriffe von Enzod mitbenutzen und die dann so ein bisschen umgestaltet werden. Das ist zum einen das Tal der ewigen Blüten, hier in Pandaria, und das andere, was wir haben, ist Uldum, hier ganz unten auf Kalendor. Warum werden diese beiden Gebiete angegriffen? Es sind einfach die Gebiete, wo die Titanen bestimmte Konstrukte haben, die quasi die Armee von Enzod angreifen möchte. Und da wir diese Situation haben, sind es quasi keine neuen Matts, die es ins Game geschafft hat und dementsprechend benutzen alle Rezepte oder fast alle Rezepte, die wir jetzt neu lernen können, auch dementsprechend die alten Matts. Und was haben wir da für die ganzen Craft-Berufe Neues? Und zwar konnten wir bis jetzt PvP-Ausrüstung herstellen, die drei 70er Item-Level waren. Und jetzt haben die einfach die gleiche PvP-Ausrüstung wieder genommen, 30 Item-Level draufgepackt, wie sie es natürlich das ganze Add-On schon machen, und man kann quasi jetzt 400er Items herstellen. Was brauchen diese 400er Items? Die Grundstufe könnt ihr erstmal beim Händler lernen. Das ist sowohl beim Schmied so, das ist beim Lederer so, das ist beim Schneider so und auch bei vielen anderen Craft-Berufen, die werden wir uns aber nachher vielleicht nochmal ein bisschen mehr im Detail angucken. Und dann braucht ihr einfach die gleichen Matts wie vorher. Wir können diese auch hochleveln, ihr seht, die alten konnte man ja auch schon bis dreimal hochskillen. Und hier ist es so, dass ihr auch wieder die Ehrenabzeichen braucht, die ich euch ja auch schon mal in einem anderen Video erklärt habe, wo ihr die am besten farmen könnt. Und zwar müsst ihr als Allianzler wieder zu eurem Allianz-PVP-Haus gehen. Als Hortler habt ihr auch so eins, ich kann euch das kurz auf einem Map zeigen, wo das ist. Wir müssen nach Zuldasa. Und zwar haben wir das hier unten, da ist euer PvP-Spot und dort ist einfach jetzt ein neuer NPC, beziehungsweise ein alter NPC, der jetzt die neuen Rezepte hat. Und wenn wir hier reingucken, haben wir quasi jetzt einmal hier die ganzen 400 Rezepte, und zwar Rang 2, beziehungsweise, also hier jetzt Rang 2, dann hier Rang 3. Die müsst ihr euch einfach kaufen, dann gehen die Mattskosten runter. Wenn ihr die alten Rezepte noch kaufen wollt, die sind jetzt hier beim Lars ausgelagert. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum man ihm nicht einfach die neuen Rezepte gegeben hat, weil es ist der neue NPC, aber ist ja auch bewusst auf jeden Fall beim Zwerg, könnt ihr jetzt die neuen Rezepte kaufen. Wenn ihr für alle Berufe auf einem Server alle Rezepte kaufen wollt, habe ich mir das mal ausgerendet, das sind knapp 200 Marken, die ihr braucht. Also 200 von diesen Ehrenabzeichen, eine ganze Menge. Und als Lederer hat man natürlich 5 Mark quasi hier die verkaufbaren 400er Items für Kette, als auch für dementsprechend hier Leder. Und was man dann noch herstellen kann, ist natürlich dann auch wieder eine Waffe, und zwar eine 400er Schusswaffe für einen Hunter zum Beispiel. Auch hier kann man die wieder hochskillen und braucht dann halt nur noch, ich glaube, 3 Expulsums sind es hier. Und bei den anderen Sachen ist es dann halt noch 1 bzw. 3 Expulsums, wenn man es auf dem maximalen Rang hat. Die Muts übrigens hier, falls ich das noch nicht erwähnt habe, sind dann auf dem maximalen Rang genau die gleichen Muts, wie schon für das vorherige Tier. Dementsprechend könnt ihr das schon mal pre-bunkern und auch schon mal Expulsums shuffeln. Da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, um das ein bisschen zu zeigen. Genau. Was gibt es dann noch Neues? Und zwar, neben diesen PvP-Items gibt es natürlich auch wieder Gear, dass wir uns holen können und dementsprechend durch verschiedene Aktivitäten hochleveln können. Da ist auch wieder der Raid involviert und wie das genau funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Und zwar haben wir ja in diesen beiden besagten Gebieten diese Angriffe von Ensort. Dort haben wir Kultisten und diese Kultisten können uns jeweils bei jedem Beruf ein Grundrezept droppen. Und zwar einmal für 440er Hosen bzw. 440er Schuhe. Das ist bei den ganzen Craft-Berufen quasi so. Die brauchen auch die komplett gleichen Muts wie die alten Items. Und hier ist es aber so, dass wir quasi das auch wieder hochskillen können auf dann 450 bzw. dann beim dritten Rang auf 470. Also sprich, ihr habt wieder drei Stufen. Die Grundstufe ist hier 440, dann 455 und dann 470. Grundstufe könnt ihr, wie gesagt, bei den Kultisten dann erwirtschaften bzw. eigentlich bei allen Dienern, die dann in diesen Invasionen rumhängen. Und jetzt ist es aber so, dass wir hier noch eine zusätzliche Mechanik haben. Und zwar ist es der Lernfokus. Diesen können wir auch bei den Kultisten bekommen. Sobald wir den gedroppt bekommen haben, ist es so, dass wir 10 von diesem Lernfokus uns holen müssen. Und sobald wir 10 Lernfokus haben, können wir quasi das Ding herstellen und haben dann so eine erste Quest. Das geben wir dann in der Herzkammer ab und können die ersten Items herstellen, also die 440er Items. Die können wir dann herstellen. Dann ist es so, dass wir eine Folgequest holen können. Und zwar müssen wir dann 20 andere Splitter holen. Wahnsinnsfetzen heißen die. Und die könnt ihr dann im Nialotha Raid farmen. Heißt, ihr braucht 20 von diesen Items, um die 455er Ding herzustellen. Und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr eine weitere Quest. Und da braucht ihr dann 200 von diesen Wahnsinnsabzeichen, um dann die 470er Variante herzustellen. Also sprich, die quasi den Mythic Raid entspricht. Wenn wir jetzt hier mal in den Loot reinschauen, mythisch. Und da gucken wir mal auf den Loot. Da haben wir halt 475. Das andere ist 5-Item-Level drunter. Dafür haben wir natürlich hier immer einen safen Sockel drauf. Und wer schon aus dem letzten Patch weiß, diese Items sind dann immer relativ stark. Selbiges ist natürlich dann ganz klar bei der Kettenausrüstung auch der Fall. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie viele von diesen Token bekommt man wo raus. Und zwar ist es so, im Schlagzugsbrowser bekommt man und im Normal 1 pro Boss raus. Im Heroischen sind es dann 10 pro Boss. Heißt, ihr müsst 2 HC-Bosse töten und könnt euch schon das 450er Ding herstellen. Und im Mythisch-Modus sind es dann 20. Heißt, auf diese 200 zu kommen, sollte relativ schnell gehen, wenn ihr HC bzw. Mythic raidet. Und dann könnt ihr euch so viele Items, wie ihr wollt, von dem theoretisch 470er Ding herstellen, die immer wieder scrabben und bekommt dann auch das Expulsum zurück. Also wenn ihr euch die Matts hier quasi vorfarmt, ist das eine feine Sache. Mehr gibt es tatsächlich nicht. Also bei Lederer habt ihr nur die PvP-Items und quasi 2 Slot-Items, die ihr euch Leder oder Kette herstellen könnt. Selbiges sieht es jetzt auch bei Schmied aus. Auch bei Schmied ist es so, ihr habt hier wieder die verschiedenen Craft-Items. Also ihr habt Handgelenke, Hose, Schuhe, Hände, Gürtel und auch ein Schild. 400er Item-Level könnt ihr auch verkaufen. Könnt ihr beim Händler lernen bzw. die Ränge hochbasteln über den, nicht den Lars, sondern den Zwerg hier. Dann natürlich das gleiche nochmal in Waffen. Einmal 5 verschiedene Waffen, die ihr auch dementsprechend beim Händler lernt. Und die höheren Ränge quasi hier bei dem Zwerg hochbasteln könnt. Dann ist es auch hier so, dass ihr quasi zwei Items habt. Jetzt muss ich gucken, hier fängt es an, genau. Und zwar das 440er Item, was eine Taille ist hier und dementsprechende Hose. Und dann geht es dementsprechend auch wieder hoch mit 4,55 bzw. dann 4,70. Funktioniert mit dem leeren Fokus, den ihr jetzt hier unten seht, komplett genauso wie auch schon beim Lederer beschrieben. Wenn wir jetzt auf die anderen Berufe noch eingehen. Bei Schneiderei ist es eigentlich auch komplett gleich. Ihr habt wieder die, ja ich glaube 6 Items sind es da. Da haben wir ja noch den Rücken mit dazu. Mit 400er Items. Und dann dementsprechend auch wieder Hose. Und hier sind es glaube ich die Handschuhe bei Schneiderei, die ihr euch auch wieder bis 4,70 hochbasteln könnt. Dann können wir uns die anderen Berufe noch ein bisschen angucken. Bei Juve zum Beispiel ist es so, dass ihr euch nur einen Stab herstellen könnt. Also einen PvP-Stab. Der ist 400er Item Level. Den könnt ihr auch selten. Hat auch wieder dieselben Mats und folgt derselben, ja quasi demselben Schema wie hier auch schon. Ihr könnt es beim Lehrer lernen und dementsprechend die Rezepte, also 2 und Rang 3 quasi hier bei dem Zwerg einmal kaufen. Und dann habt ihr noch, ja, einen Ring, der auch wieder einmal hochgebastelt wird. Von 4,40 auf 4,55 und dann auf 4,70 auch wieder über den Lernfokus. Bei Inschriftenkunde sieht es dann erstmal ein Ticken anders aus. Und zwar haben wir da natürlich auch wieder ein PvP-Item. Hier ist es die Schildhand, die ebenfalls wie beim Händler erlernbar ist, 400er Item Level hat und dementsprechend dann, ja, mit dem Rezepten 2 und Rang 3 bei dem Typen hier hochkaufbar ist. Zusätzlich haben wir dann Verträge. Und zwar haben wir einmal für die Rayani einen Vertrag. Und dann haben wir noch für eine Uldum-Fraktion einen Vertrag. Also sprich, es gibt da zwei neue Verträge, die man sich holen kann, um dann extra Ruf zu kriegen. Kennen wir ja auch schon von allen anderen Fraktionen, die bis jetzt kamen. Auch in Nasjata bzw. in Mechagon gab es ja am Ende dann quasi eine Fraktion, wo man den Ruf bekommen hat. Hier kann man die Rezepte ab Respektvoll kaufen bei den beiden Fraktionen und dementsprechend dann die Verträge herstellen. Vielleicht kann der ein oder andere da ein bisschen Gold drüber machen. Und natürlich kann auch der Inschriftenkundler die Vantusruhne für Nialota herstellen. Diese kann einfach bei den Bossen in Nialota gedroppt werden. Was wir dann noch so haben, ist Inschriftenkunde. Inschriftenkundler kann sowohl eine Schusswaffe als auch einen Einheitsstreitkolben herstellen. Und zwar ist das beides wieder ein PvP-Item. Und zwar könnt ihr diese 400-Item-Level-Items einfach beim Händler oder beim Lehrer bzw. erlernen und auch wieder die Stufen über den Zwerg hier hinten einmal hochlernen. Und dann gibt es die altbekannten Inschiköpfe, die starten bei 4,55. Achtung, hier nicht 4,40, weil es ja Azeriteile sind. Und gehen dann über 4,60 bzw. 4,65 hoch. Und das funktioniert auch wieder wie bei allen seelengebundenen Items über diesen leeren Fokus. Also sprich, auch hier müsst ihr euch den leeren Fokus holen und über den Raid dann hochbasteln. Bei Alchemie ist es ähnlich. Da haben wir nur drei Trinkets, die wir kriegen. Hier sind keine PvP-Items involviert. Und zwar haben wir dann einen Alchemie-Stein, selbigen, den wir auch schon im niedrigeren Bereich kennen. Und zwar startet er mit 4,40er-Item-Level, geht auf 4,55 hoch und dann auf 4,70. Und auch hierfür brauchen wir wieder den leeren Stein. So, dann sind wir mit den Main-Berufen soweit durch. VZ hatte ich, glaube ich, jetzt noch vergessen. Genau, da haben wir nur ein einziges Item, was wir herstellen können. Das ist tatsächlich das wenigste. Und das ist, ja, hier ein Zauberstab, der auch 400 Item-Level hat und genauso wie die anderen PvP-Items über den Typen hinten hochlevelbar ist. Dann habe ich jetzt noch, ja, die beiden Sammelberufe ausgelassen. Hier gibt es tatsächlich nie sonderlich viel zu sagen. Es gibt keine neuen Mats, deswegen gibt es für die Sammelberufe gar nichts Neues tatsächlich, was relativ schade ist. Und dann haben wir noch zwei Secondary-Berufe, über die wir vielleicht ein bisschen was sagen können. Und zwar geht da tatsächlich im Vergleich zu den anderen ein Ticken mehr. Wir haben ja noch einmal Angeln und wir haben einmal Kochkunst. Zur Archäologie gibt es übrigens nichts Neues, zumindest ist noch nichts Neues bekannt. Bei Angeln ist es so, dass solange die Angriffe sind in den beiden Zonen, man, ja, verschiedene Sachen mit rausangeln kann. Unter anderem gibt es ein Pad, was man rausangeln kann, aber es gibt auch Mats und diese Mats sehen wir wiederum hier bei Kochkunst. Und zwar seht ihr, haben wir hier verschiedene lustige Fische, die wir uns holen können und genau diese brauchen wir wiederum für Kochkunst. Heißt, solange die Angriffe sind, können wir zwei neue Fische rausangeln, beziehungsweise können auch ein Pad angeln. Und jetzt haben wir hier bei Kochkunst insgesamt fünf neue Rezepte. Und für diese fünf neuen Rezepte brauchen wir nicht nur diese beiden neuen Fische, sondern wir brauchen auch ein fragwürdiges Fleisch. Und das fragwürdige Fleisch wiederum droppt von allen NPCs, die quasi abs oder von vielen, ja, Wildtier-NPCs, die da sind, wenn dementsprechend diese Invasionen in den beiden Zonen sind. Heißt, für Kochkunst brauchen müssen wir die Wildtiere da umboxen und ein bisschen angeln. Und was können wir dann einmal uns basteln? Und zwar, wenn wir uns hier hinsetzen, dann während ihr satt seid, wird die Dauer von erlittenen Kontrollverlust-Effekten in Vision von den Zot um 20% verringert. Und so geht das quasi hier weiter. Also das ist alles in den Vision of N-Zot, das ist eine Rausbring-Sinneseffekt. Hier haben wir zum Beispiel mehr Bewegungsgeschwindigkeit oder, was haben wir hier, die Gestalt eines Kirtaks an, was die Entfernung verringert aus der Gegner in einer Vision von N-Zot euch eingriffen. Also hier haben wir ein bisschen weniger Agro-Range, was haben wir hier, hier recken wir alle 2% unserer maximalen Gesundheit, wenn wir quasi satt sind. Und was haben wir hier, was ziemlich stark ist tatsächlich, vor allem als Tank mit einem Haufen Gesundheit. Und hier, wenn wir das essen, dann kriegen wir 100% geistige Gesundheit wieder. Also sprich, das sind alles keine Buff-Food-Geschichten, die man so benutzt, sondern nur in dieser Vision of N-Zot kann man die sich quasi reinziehen, um dort bestimmte Vorteile zu haben. Sprich, deswegen braucht man auch da die aktuellen Muts. Ja, das war es soweit mit den Doofen. Vielleicht tut Blizzard noch ein bisschen was dazufügen. Im Endeffekt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, alle Items, die ihr bis jetzt kanntet, gibt es einfach mit höherem Item-Level. Außer bei Kochen, da ist tatsächlich ein bisschen was Besonderes. Finde es ein bisschen schade, aber gut, sie konnten nicht viel mehr machen, wenn sie keine neuen Materialien in das Spiel reinbringen. Aber vielleicht werden sie da ja noch was basteln. Ist aber für uns Goldmacher relativ gut, weil wir können alles pre-stocken. Wichtig ist halt bloß, dass ihr schon mal ordentlich Expulsum schafft, das mache ich halt unter anderem auch. Und dann könnt ihr direkt, wenn der Patch live geht, quasi euer ganzes 400-Item-Level-Zeug basteln und ins Aha-Hauen und vielleicht das ein oder andere Gold verdienen. Beziehungsweise viele Leute werden halt ihr Craft-Gear bauen, was dann 4,40 beziehungsweise dann in der zweiten Stufe schon 4,55 ist. Und da werden natürlich viele Mats gebraucht. Und wenn ihr die vorher günstig eingekauft habt, könnt ihr da vielleicht auch noch den einen oder anderen Gold-Charler an Gewinn rausziehen. Ja, das war es soweit mit den ganzen Berufen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großartiges vergessen. Sollte das der Fall sein, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gern beim nächsten Video wieder. Euer Teller, bis dann, ciao.